Und es ist aber trotzdem wichtig, dass man ja schon auch Entwicklungen sehen kann, die dramatisch sind und die wir zwar differenziert betrachten müssen, aber wo auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht. Homo sapiens ist einfach ein verdammt schlechter Bestäuber. Der hat das aber nicht gelernt in der Evolution. Bestäubung ist nicht sein Ding. Also Jagen ist okay, Sammeln ist auch okay, aber Bestäubung ist nichts. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der ZEIT-Stiftung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. Auch heute diskutiert wieder ein erfahrener Wissenschaftler, also einer, der es ja macht, mit einer jungen Nachwuchswissenschaftlerin, also eine, die es zukünftig machen wird. Und in unserer Podcast-Reihe sprechen wir über die großen Herausforderungen und die Themen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Digitalisierung, Biodiversitätsverlust, Energiewende. Und da wollen wir immer das Wissen und die Erfahrung der weisen Menschen aus der Wissenschaft anzapfen. Und in diesem Podcast ganz besonders, weil Wikipedia über unseren Gast schreibt, der Umweltweise der Bundesregierung. Und das wollen wir aber dann ganz persönlich, ganz verständlich in Umsätzen mit Fragen, die aus Jugendlicher Neugier gestellt werden und so den Dingen relevant auf den Grund gehen. Und am Ende, dass es uns hilft, was ist eigentlich der Stand der Wissenschaft? Was muss man tun im Kontext einer verantwortlichen Wissenschaft und wie kann man sich auch selber einbringen? Ich bin Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die für VDW steht, nämlich für Verantwortung der Wissenschaft. Heute diskutieren wir ein ganz brisantes Thema, den Biodiversitätsverlust, auf Deutsch das Artensterben. Und ich freue mich sehr, dass heute Professor Josef Settele bei uns ist und Annika Harzmann von der jungen VDW, die ihn mit ihren Fragen nachher löchern wird. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Maria, schön da zu sein. Hallo. Ja, wie immer werde ich jetzt ganz kurz die Gäste vorstellen und dann kommt unsere beliebte, schon längst erwartete Schnellfragerunde. Fangen wir an mit Professor Dr. Josef Settele. Er ist Agrarbiologe und Umweltforscher und Lepidopterologe. Was ist das eigentlich, Sepp? Schmetterlingsforscher. Ja, das kann man also ganz einfach Deutsch ausdrücken, dann ist es natürlich nicht mehr ganz wissenschaftlich, aber verständlich. Und das bist du ja schon von Kindsbeinen an. Ja, also sechs, sieben Jahre war ich alt, als ich anfing, das zu betreiben. Genau, sagen wir sieben, also gut 50 Jahre. Und so hast du dann auch dein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt heute bist du Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und forscht eigentlich auch weiterhin zu Schmetterlingen und vielen anderen Themen im Kontext von Kulturlandschaften, Biodiversität, sozialökologische Systeme. Ich meine, für mich bist du der Biodiversitätspapst. Wikipedia ist da etwas zurückhaltender als Umweltweiser der Bundesregierung. Aber du berätst nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die EU und viele andere Institutionen weltweit. So beispielsweise als Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrats. Und bist da auch mitverantwortlich für den jüngsten Bericht zum ökologischen Zustand der Erde. Und eine Sache, die mir persönlich ganz besonders gut gefällt, ist dein Buch, was du geschrieben hast, nämlich die Trippelkrise, Artensterben, Klimawandel und Pandemien, warum wir dringend handeln müssen. Mir gefällt es so gut, weil es wissenschaftliche Studien zusammenbringt mit Fakten und aber auch ganz vielen ganz persönlichen Betrachtungen vom kleinen Buben bis hinaus in die Welt hinein. Und da geht es auch um die Vernichtung von Ökosystemen, des Artensterben und auch Pandemien. Und warum hast du eigentlich das Buch geschrieben? Das war doch schon lange noch vor der Corona-Krise. Ja, das Buch habe ich geschrieben, ursprünglich mit der Idee einfach zum Thema Artenverlust ein bisschen was Allgemeinverständliches zu schreiben und so gleich mit entsprechend guten Beispielen aus der Wissenschaft zu hinterlegen. Und kam im Wesentlichen der Ansporn durch diese große Krefelder-Studie 2017, das Insektensterben, wo es um die Biomassen ging. Und habe es dann entwickelt, nach und nach, unter enger Begleitung von Kollegen vom Verlag, vom Edelverlag in Hamburg. Und dann sind wir gegen Ende. Das Buch ist so weit gekommen, dass genau dann die Pandemie-Thematik auch kam. Und ich hatte mich da ja auch hier und da mal geäußert, auch mit einem gemeinsamen Schriftstück, mit ein paar Kollegen international, wie denn Pandemien mit Zerstörung von Biodiversität und Umwelt zu tun haben. Und dann haben wir gedacht, das könnte man eigentlich auch noch als Buchelement stark mit dazunehmen, wenn nicht sogar als ein Kernelement entwickeln. Und dann haben wir das praktisch in den letzten halben Jahren, vor dem Fertig wurde, nochmal entsprechend umgeschrieben, umformuliert und das Ganze eben mit dieser Trippel-Krise dann auch definiert, um diesen Zusammenhang zu bringen zwischen Artensterben, Klimawandel und eben der Pandemie, die gerade dann in diesem Jahr 2020 dann erstmal richtig losgegangen war. Ja, ich denke, nachher werden wir ganz intensiv über das Thema noch sprechen. Aber jetzt kommen wir zur Fragestellerin, nämlich zu Annika Harzmann von der Jungen VdW. Annika und Augsburg gehören zusammen. In Augsburg sitzt die Annika auch jetzt für den Podcast, aber genauso für ihr Masterstudium der Sozialwissenschaften, Schwerpunkt auf Soziologie. Sie selber bezeichnet sich als alte Häsin der Uni Augsburg, weil sie ja da auch schon den Bachelor gemacht hat. Und überhaupt spielen Tiere in Annikas Leben eine riesige Rolle. So ist zum Beispiel das Maskottchen der Uni Augsburg, der Campus Cat, ein Kater mit einem riesigen Wissenschaftsdurst. Und am Ende geht es ihr ganz stark auch um Mensch-Tier-Beziehungen, aber auch um den Umgang mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Das macht sie in ihrem Studium. Warum machst du das eigentlich, Annika? Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Tja, warum mache ich das? Das ist ja gar nicht mal so selbstverständlich, glaube ich, im Soziologiestudium. Ist ja auch nur eine Teildisziplin. Ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, zu sehen, dass wir die Art und Weise, wie wir mit Tieren zusammenleben, dass es ganz soziale Fragen sind, dass es nicht naturgegeben ist, sondern dass wir das in unserem sozialen Zusammenleben, dass wir das aushandeln gemeinsam. Und genau, deswegen bin ich heute hier und das würde ich gerne gemeinsam noch besprechen. Ja, aber bevor wir das gemeinsam besprechen, kommt erst die harte Arbeit und die längst ersehnte Schnellfragerunde. Bei der Schnellfragerunde geht es immer darum, dass ich zwei Worte sage und nicht ich schnell frage, sondern ihr schnell antworten müsst und euch für eines der Worte entscheiden müsst. Ja, das heißt, wir machen mal ein Beispiel, Punkt oder Komma? Punkt. Das war ja auf dem Punkt beide gemeinsam. Damit es nachher dann akustisch für uns alle gut verständlich ist, würde ich sagen, bei den ersten Fragen fängt der Sepp an zu antworten und dann die Annika und dann bei der Halbzeit wechseln wir und dann kommt die Annika zuerst, weil die Welt muss ja auch gerecht sein. Okay? Schmetterling oder Katze? Schmetterling. Katze. Verantwortung oder mir doch egal? Verantwortung. Verantwortung. Stadt oder Land? Land. Stadt. Stechmücke oder Fliege? Stechmücke. Fliege? Das mit der Stechmücke möchte ich nachher noch verstehen. Mückenstich oder Bienenstich? Bienenstich. Bienenstich. Schmeckt besser. Wissenschaft oder Intuition? Intuition. Beides. Dann ist aber einmal schon ein beides weg, ja? Ja, das ist okay. Fachzeitschrift oder Social Media? Beides. Fachzeitschrift. Dann ist auch schon einmal weg. Okay. Steingarten oder Blumenwiese? Blumenwiese. Blumenwiese. Maisfelder oder Solarfelder? Solarfelder. Solarfelder. Gut, dann haben wir Halbzeit, dann wechseln wir. Annika, fängst du an? Facebook oder Twitter? Facebook. Keins. Vorbild oder Mitläufer? Vorbild. Vorbild. VdW oder Junge VdW? Junge VdW. VdW. Dünger oder Kreislaufwirtschaft? Kreislaufwirtschaft. Dünger. Nationale Regelung oder internationale Regelung? Internationale Regelung. Aber keine Wahl mehr, international. Gut. Abholzung oder Essen ohne Fleisch? Essen ohne Fleisch. Essen ohne Fleisch. Pessimist oder Optimist? Beides. Optimist. Okay, dann hast du jetzt auch keine Punkte mehr, Annika. Fake News oder keine News? Nein. Fake News. Keine News. Sehr gut. Dann sind wir auch schon durch. Ihr habt ja auch relativ oft Übereinstimmungen. Aber jetzt würde ich gleich mit der ersten Frage an den ZEPT beginnen. Was ist eigentlich Biodiversität? Ja, Biodiversität habt ihr vorher bei der Einführung genannt. Artenvielfalt ist ein Teilelement von Biodiversität. Eigentlich geht es um die Vielfalt sowohl innerartlich, also innerhalb einer Art, genetische Vielfalt zum Beispiel, Vielfalt von Ausprägungen, Vielfalt von Blütenfarben zum Beispiel. Dann die Artenvielfalt per se, also die Vielfalt der Arten. Und dann natürlich noch die Vielfalt der Ökosysteme. So wird Biodiversität eigentlich ganz grob definiert. Also innerartlich, artlich und überartlich, also ökosystemal. Und wird ja ganz viel über Biodiversitätsverlust gesprochen. Warum ist es eigentlich schlecht, wenn die Biodiversität abnimmt? Zunächst stellen wir nur den Verlust eigentlich erstmal fest. Und wir haben natürlich viele Systeme, die wir so entwickelt haben, dass sie zum Teil biodiversitätsarm sind. Und Agrarsysteme zum Beispiel. Aber natürlich alles biodiversitätsbasierte Systeme sind. Schlecht ist es natürlich insgesamt dadurch, dass wir die Systeme zum großen Teil aus der Balance bringen. Und dass wir uns um die zukünftigen Entwicklungschancen eigentlich auch berauben, die wir haben, wenn wir mehr Vielfalt haben und mehr Auswahl auch haben für das, was wir als Menschen nutzen können. Aber auch für das, was die Natur per se hervorgebracht hat. Also da ist auch noch eine Frage mit dabei, die in die Richtung zählt. Ich habe auch eine ethische Verantwortung für das, was letztlich in der Evolution entstanden ist, um das zu bewahren. Das sind ganz verschiedene Aspekte. Auch dieser Verlust, finde ich, ist einer, der einfach schlecht ist. Aber ist es dann, wie soll man sagen, auch für den Mensch eine Gefahr, wenn die Biodiversität abnimmt? Also der Verlust von Artenvielfalt ist für den Menschen zumindest auch riskant, weil er im Wesentlichen als Teil des Ganzen ja zu sehen ist. Und die ganzen Arten, die wir uns in der Umgebung haben, auch dafür sorgen, dass Systeme ausbalanciert funktionieren. Also nehmen wir als Beispiel landwirtschaftliche Systeme, sind dann umso stabiler, umso mehr Arten sie beinhalten in aller Regel. Das heißt, wenn ich wenige Arten habe, habe ich häufig solche, die für uns ungünstig sind. Schädlinge zum Beispiel, die also dann irgendwie unser Essen wegnagen, wegfressen. Also in irgendwelche, was weiß ich, Blattläuse etc. Habe ich eine höhere Vielfalt, habe ich meist eine bessere Pufferung dieser Systeme. Das heißt, ich habe weniger Extreme und weniger Risiken, zum Beispiel auch den Ertrag einzubüßen. Das heißt, eine hohe Vielfalt sorgt für ausbalancierte Verhältnisse und für langfristig stabilere, in diesem Fall Erträge agrarischer Produktion. Das ist nur ein Beispiel aus dem Agrarbereich, aus der Agrarökologie. Aber da kann man sehr gut darstellen, dass hohe Vielfalt auch starke Stabilisierung darstellt. Ich meine, da könnt ihr ein Beispiel auch nennen, das können wir später auch rausschneiden, je nachdem. Ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit. Ich habe ja früher viel zu Reis gearbeitet in Südostasien und bewässerte Reisökosysteme, jenseits der Methan-Thematik, was auch ein spannendes Thema ist. Aber in Bezug auf die Biodiversität sind diese Systeme artenreicher, als bei uns die Buchenwälder sind, im Sinne von Insektenartenvielfalt. Also Agrarsystem, das vermeintlich als Monokultur sogar daherkommt, wobei die Frage ist, was eine Monokultur wirklich darstellt, hat viel mehr Arten an Insekten als unser natürliches System bei uns. Hängt zusammen zum einen mit den tropischen Bedingungen, zum anderen aber auch mit der langen Entwicklungsgeschichte dieses Systems, das sich über Tausenden von Jahren nach und nach gebildet hat, nicht von heute auf morgen. Damit haben sie auf viele Arten angepasst. Es ist so, dass unser System so funktioniert, dass dann, wenn ich eingreife, um zum Beispiel Pflanzenschutz-Soggenannten zu betreiben, das heißt Schädlinge zu bekämpfen mit Chemikalien, es dann häufig das Problem habe, dass der Schädling zum Ausbruch gelangt, den ich bekämpfen wollte. To make a long story short, das Phänomen dahinter ist folgendes, ich spritze erstmal alles tot und dann sind natürlich die, die erstmal auf Reis leben, auf dieser Kulturpflanze leben, die da als erstes wieder, soll man sagen, wieder einwandern können oder auch zum Teil im Bestand verblieben sind, je nachdem, welche Arten das sind, und sich dann erstmal super ausbreiten können, weil keine Gegenspieler da sind. Die rücken wieder nach, zwar nach und nach, aber das dauert dann zu lange, als dass der Ertrag für den Landort noch vorhanden wäre. Das heißt, sehr vereinfacht gesagt, wir haben Bereiche in Südostasien, da kenne ich es genau, Philippinen oder Vietnam, da sieht man genau da, wo gespritzt wurde, gegen ein Schädling hat genau dieses Schädling die Massenausbreitung gehabt und sich richtig breit gemacht. Also völlig kontraintuitiv. Und das hängt zusammen mit der Stabilität des Systems und mit der Vielfalt von Gegenspielern. Soweit der kurze Exkurs nach Südostasien. In dem, wo du ja sehr, sehr lange warst. Ich habe zwei Jahre am Stück dort gelebt und habe dann noch fast jedes Jahr mehrere Tage oder Wochen dazu gebracht und auch Forschungsprojekte dort gemacht. Wenn man das jetzt nochmal hier zurückbringt, auch auf die Landwirtschaft oder auf den persönlichen Garten, fängt eigentlich schon in meinem Garten die Biodiversität an oder erst beim Bauern, beim Landwirt oder noch größer, erst im Wald? Biodiversität fängt eigentlich an, sobald ich die Tür aufmache. Vielleicht sogar, wenn ich es hier zu habe noch. Also das Zimmerpflanzen ist ja Teil der Biodiversität, wenn man so wollte. Und wenn ich aber in den Garten gehe, auf alle Fälle bin ich ja mittendrin. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer gesamten Landschaft. Und je nachdem, wo ich bin, ist es sogar ein Ausschnitt, der sehr viel Biodiversität haben kann. Sowohl solche, die vielleicht eher typisch ist für die Region und sehr vielfältig oder auch solche, die woanders herkommt. Also exotische Pflanzen, auch Biodiversität, aber eben ein ganz anderer Aspekt, wo der Mensch durch seine Aktivitäten einfach Dinge halt ausbringt, die gar nicht von hier stammen und hierher gehören. Aber es ist beides Biodiversität. Man kann einen Garten natürlich entsprechend gestalten, dass man das für die lokale Vielfalt günstig gestaltet oder eben eher so ein bisschen steril. Also Stichwort Buchsbaum, Zünsler und Kobe zum Beispiel. Dann habe ich ganz spezielle Arten, die dann, wenn irgendjemand drauf frisst, sich auch ganz toll, so muss ich sagen, befressen lassen. Also im Sinne von unästhetisch. Als Buchsbaum mit Zünslern ist einfach optisch auch nicht so der Bringer. Das ist eigentlich schwierig. Oder aber ich habe eben Arten, wo gar nichts drauf lebt, die halt dann sehr schön und knackig grün da sind, aber für die Vielfalt vor Ort eigentlich nichts bringen. Weil sie nicht blühen oder weil sie nicht andere Natur anziehen? Ja, ich meine, sie bringen natürlich immer noch was, weil jede Pflanze ist besser als ein Steingarten, also als ein Betongarten natürlich, weil er immerhin noch Wurzeln hat, weil er Stoffwechsel betreibt, weil er klimatisch aktiv ist, Kohlenstoff fixiert und so weiter. Von daher ist es immer noch besser, als so einen Garten gar nicht zu haben, natürlich. Im Sinne von Stoffwechsel, im Sinne von diesen Leistungen, die wir von der Natur entnehmen in Bezug zum Beispiel auf Klima. Aber Leistungen in Bezug auf die Artenvielfalt ist da nicht halt so viel zu erwarten. Annika, magst du mit deinen Fragen einsteigen? Ja, wir haben uns jetzt ganz schön großen Fragen zugewendet und ich mag jetzt das ein bisschen kleiner machen, viel kleiner eigentlich. Ich würde gerne über die Insekten sprechen, mit denen sie sich ja am meisten beschäftigt haben, vor allem über Schmetterlinge. Auf dem Cover ihres Buches zum Beispiel, was zuletzt erschienen ist, ist der große Feuerfalter abgebildet. Und Sie schreiben auch, dass der Ihnen besonders am Herzen liegt. Vielleicht können Sie uns erst mal erzählen, warum Sie den so mögen. Was ist denn mit diesem hübschen Orangenfalter? Was hat es mit dem auf sich? Also die erste Frage, die erste Antwort ist schon gegeben. Der besonders schöne, hübsche Falter. Also ich finde Falter einfach schön. Das ist einfach ein schöner, knallroter Schmetterling. Es gibt ja nicht viele Schmetterlinge oder Arten überhaupt, die knallrot sind. Ist zwar sehr klein, aber wenn man das mal drauf achtet, sieht man das sofort, das ist eine ganz farbige, so rote, kräftige Färbung. Und hat auf der Unterseite so etwas hellblaues. Wenn der dann fliegt, das ist so ein Blinken zwischen rot und hellblau. Das muss man üben, das zu sehen. Alsbald man das einmal gesehen hat, erkennt man das Tier praktisch aus kleiner Punkt der Landschaft sofort als Art wieder. Das ist ein Grund. Der Hauptgrund ist eigentlich erst mal, dass die Art sehr lang als sehr selten galt, auch noch nach wie vor einigermaßen selten ist. und daher auch eine Art ist der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Also im Prinzip europäisch geschützt. Eine der wenigen Arten, die explizit in diesem, soll man sagen, Annex erwähnt sind, dass sie besonders zu schützen sind. Für mich persönlich war das eine Entdeckung dieser Art eher zufällig. Ich habe als Zivildienstleistender war ich Hausmeister. Und Hausmeister in dem Museum, Naturkunde-Museum, muss man so sagen. Und im Sommer war da jetzt irgendwie, das war so ein bisschen langweilig, da hat mein Chef gefragt, ob ich ein bisschen ins Gelände gehen darf. Das war in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, Bad Dürkheim in der Ecke da, Ludwigshafen-Mannheim, so ganz grob. Und habe mir ausgesucht, eine Schmeldlingsart zu kartieren, das sind Ameisen-Leuregen, kommen wir nachher nochmal dazu. Den habe ich früher schon mal bearbeitet, als es um die Ausdehnung und den Ausdruck vom Flughafen Stuttgart ging. Also Anfang der 1980er Jahre, schon ein paar Wochen her. Also habe ich diesen Falter auch gesucht in der Pfalz. Und dann irgendwie flog dieses rote Teil da rum. Da dachte ich, ich habe doch früher Schmetterlingsbücher gelesen, da hieß es irgendwie, es gibt einen Schmetterling, das ist der große Feuerfalter, der kommt dann nur in Südwestdeutschland vor und so ist ganz selten und so. Und da dachte ich, okay, das muss er sein, war er auch. Ist sofort alles von mir geworfen. Ich meine, nicht alles, aber vieles. Kamera raus und dann so zwei Stunden durchs Gelände geraubt und meine teuren Diafilme, die es damals nur gab, verschossen, um das Tier zu fotografieren. Okay, diese Bilder, die ich damals schoss, sind dann Titelseite eines Buchs geworden, 1999, die Tagfall der Deutschland war eins gewesen. Aber es war auch ein Bild dabei, wo ein Weibchen, ein Männchen und Weibchen umschwirrt und es war dann meine Einladungskarte zur Hochzeit mit drauf als Bild. Dann kommt noch dazu, das Tier hat noch ein paar schöne Eigenschaften. Es ist nämlich, es frisst natürlich wie alle Schmetterlinge als Raupe auf Pflanzen und zwar in diesem Fall auf Amferarten. Und der Landwirt kennt Amfer als Unkraut. Klar, also es gibt dann sauer Amfer und es gibt nicht saure Amfer. Jetzt dieser Falter frisst nur nicht saure Amfer, wenn es andere Feuerfalter gibt, die saure Amfer haben. Die nicht sauren Amfer gelten als Weideunkraut, weil es Vieh das auch nicht frisst und damit werden die zum Teil manuell entfernt. Ebenso gelten Amfer im Naturschutz als nicht erstrebenswert im Grünland-Bereich. Sobald man anfängt nachzudenken, eine seltene Art, großartig geschützt, ist abhängig von diesen Amfer, merkt man, da stimmt irgendwas nicht ganz. Also wenn ich den einen Amfer beseitige, aber die Art erhalten will, klappt das natürlich nicht. Und da habe ich dann mit dieser Erfassung da angefangen von dieser Art und habe ein Gelände zum Beispiel mal getroffen, Gutachterbüro, Mitarbeiter, die dort Erfassungen machten zu Schmetterlingen und zu Pflanzen. Dann habe ich gefragt, habt ihr schon einen Feuerfalter gesehen? Wie gibt es denn hier? Haben sie nicht gesehen und lag daran, dass sie auch die Methode nicht kannten, weil die findet man als Falter zwar auch, aber vor allen Dingen findet man die Eier. Das sind riesige Dinge, das heißt zwei Millimeter Durchmesser, das ist wirklich winzig, aber sie sehen ganz typisch aus, das sind nämlich so eine Art, so muss man sagen, so Kaiserbrötchen en miniature. Wenn man weiß, wie die aussehen und dann noch weiß, wo man suchen muss, nämlich auch den Amferpflanzen, kann man dann, wenn die Art vorkommt, normalerweise innerhalb von einer Viertelstunde einen Nachweis machen. Also 15 Minuten braucht man maximal. Jetzt habe ich die Kollegen da getroffen im Gelände, haben sie nicht gesehen, das hier kennen sie nicht, ich sage, kleinen Moment, geben sie mir fünf Minuten, ich brauchte zwei Blätter, um den Nachweis zu machen. Und sie haben mir vorher erklärt, warum Amfer schlecht ist, dann habe ich gesagt, okay, also hier, FFH-Anhangsart hochgeschützt, kommt hier vor, Südwestdeutschland, sonst kaum in Deutschland vorkommt und ihr sagt, man braucht die Amfer nicht. Ich lasse mal mit dieser Erkenntnis einfach so stehen, ich gehe jetzt weiter, ich muss noch forschen, aber ich bin weiter viel Spaß. Und dann war es vorbei. Das ist eine Anekdote aus dem Gelände, was mit dem Falter zu tun hat. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, das ist ein Tier, das sich ausbreitet unter warm-feuchten klimatischen Bedingungen. Das heißt, partiell ist es ein Klimawandelgewinnler, zumindest in Jahren, wo es warm und feucht ist. In Südwestdeutschland, aber auch in anderen Teilen. Gibt es auch im Spreewald zum Beispiel, kommt die Art auch vor und hat eine gewisse Ausbreitungstendenz, aber von Jahr zu Jahr ein bisschen verschieden. Aber es ist eine Art, der es eigentlich recht gut geht, will heißen, unter Klimawandelbedingungen nimmt die voraussichtlich eher zu als ab. Und das war eine Kombination, die einfach für mich sagt, das ist ein spannendes Tier, weil da sehr viele Erwartungen, die man so hat, irgendwie aufeinanderprallen, nicht zusammenpassen. Das ist eigentlich immer interessant so. Also für einen Wissenschaftler sowieso, für einen Entomologen auch, aber auch für uns, wie wir dann denken. Die Sachen, die Lösungen der Welt sind halt nicht eins zu eins so ganz einfach, sind meistens irgendwie komplex. Und das ist ein Beispiel für einen sehr komplexen Sachverhalt, wo man nicht sagen kann, A oder B ist richtig, sondern gibt es irgendwas dazwischen. Sorry für die lange Antwort. Nein, das ist schön. Ja, aber damit sind wir auch mitten am Thema, denn viele Schmetterlinge können mit dem Klimawandel zum Beispiel eben nicht umgehen, wie viele andere Tiere. Und damit wäre auch meine Frage, vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, am Beispiel der Schmetterlinge, warum es viele Insekten immer schwerer haben. Also nehmen wir die Bedingungen erstmal in Mitteleuropa als Basis, geografisch, weil das ja ganz verschieden ist, ob wir uns über tropische Regenwälder unterhalten oder über Mitteleuropa, sprich über unsere Kulturlandschaften. Da wir ja doch in sehr stark von Menschen geprägten Landschaften leben, gilt für ganz Mitteleuropa eigentlich letztlich, auch für Teile Asiens natürlich, haben wir dort eben Organismen und Arten, die an diese Nutzungssysteme auch angepasst sind. Und historisch gewachsene Systeme, die sich langsam entwickelt hatten und wo es auch dazu kam, dass eben sich Arten anpassten an die Systeme. Die Vielfalt von Insekten ist in Mitteleuropa vor allen Dingen auffällig im Bereich von Offenlandschaften, vor allen Dingen im Grünland, also Wiesen und Weiden. Klassische Nutzungssysteme natürlich. Und da hat es die meisten Arten in den Bereichen, die extensiv genutzt sind. Also zum Teil genutzt, aber nicht eben intensiv, nicht mit hohen Tierdichten, nicht mit hohen Martfrequenzen, so eine klassische Heuwiese, kennt man auch von den Pflanzen her, hat sehr viele Blüten, wo es viele Pflanzen gibt, viele Blütenpflanzen auch gibt, es sind entsprechend viele Insekten und es sind entsprechend viele Schmetterlinge. Das heißt, im Laufe der Jahrhunderte oder sogar Jahrhunderte, sagen wir mal, bis zu Jahrtausenden, hat sich eine ganz eigene Zusammensetzung von Flora und Fauna in unseren Landschaften herausgebildet, die auch anpassungsfähig ist, die aber eben auch ihre Zeit braucht. Und von daher haben wir eine Flora und Fauna, die zum nicht geringen Teil wir der Landwirtschaft verdanken erstmal. Das heißt, Landwirtschaft ist ein Grund für die Vielfalt, genauso wie jetzt eben in neuerer Zeit Landwirtschaft ein Grund ist für den Rückgang dieser Arten durch entsprechende Veränderungen, entsprechende Intensivierungen, entsprechende Homogenisierung der Landschaft etc. Einsatz Pestizide ist ein Beispiel, wo es sehr, muss man sagen, offensichtlich ist, dass es nicht ganz günstig ist für die Insekten, weil es sind ja, bei Insektiziden ist ja klar, das Ziel dieser Insekten zu töten, sonst hätten die ja den Namen auch nicht. Und wenn sie es nicht machen würden, wäre es ja auch eine verfehlte Entwicklung im Sinne von der Landwirtschaftslinie, die Idee dahinter. Also wir haben im Prinzip die Landnutzung als Treiber im positiven, historisch wie im negativen, aktuellen Sinne dieser Artenvielfalt. Die kommt dann zusammen mit vielen anderen Faktoren, eben Klimawandel ist der aktuell vielleicht der wichtigste und auch zunehmende, der sich dann noch schwieriger macht in Kombination mit der Landnutzung, dass Arten dort überleben können. Erstmal der Klimawandel für sich betrachtet hat zum einen die Auswirkung, dass sich die Verbreitung von Pflanzern ändert, dass die Phänologie sich verändert, dass die Blühtzeitpunkte zum Beispiel, Blühtzeitpunkte sind wichtig für viele Bestäuber, Schmetterlinge zum Teil auch, aber auch vor allem Bienen, Wildbienen sind da wichtig. Und wenn das Ganze nicht mehr synchron läuft, also wenn praktisch die Pflanze sich anders anpasst als das Insekt, was es zum Teil auch gibt oder es dauert einfach zu lange, dann sind die nicht mehr synchronisiert und dann ist für beide Seiten schlecht. Pflanze wird nicht bestäubt und der Bestäuber hat keine Nahrung, also für beide geht es dann schlecht. Wir haben auch mal eine Studie gemacht vor 10, 15 Jahren, wo wir versucht haben oder rausgekitzelt haben, wie die sich gegenseitig verstärken, diese Prozesse, also im Sinne von Synchronisationsverlust, im Sinne auch von Landnutzungsänderung und damit im Sinne von weniger Zusammenspiel zwischen Pflanze und Bestäuber, dass es für beide schädlich ist. Also Klimawandel hat diesen Effekt dieser Entkoppelung, sowohl jetzt in der, soll man sagen, auf der lokalen Fläche über die Zeit, aber auch, die Zeit des Blühens, aber auch über lange Sicht oder über größere Räume hinweg die Möglichkeiten, wie Pflanzen sich und Tiere sich praktisch anpassen könnten an den Klimawandel, dem sie mitwandern mit dem Klimawandel. Und wenn ich bestimmte Entfernungen annehme, die der Klimawandel jedes Jahr verursacht, ich habe jetzt keine Zahlen mehr im Kopf, also mehrere Kilometer pro Jahr, was das Klima sich verschiebt, dann sind selbst sehr mobile Tiere wie Vögel und natürlich auch Schmetterlinge nicht in der Lage, dem zu folgen, weil man immer das Ganze rechnen muss, nicht nur, man kann da hinfliegen als Vogel, da kann man sich gut vorstellen, aber es geht auch darum, ob ich dann einen Zyklus vollenden kann, die nächste Generation erzeugen kann und so weiter. Und da ist der Klimawandel momentan bei allen Organismengruppen schneller als die Tiere, als die Pflanzen, die hinterher wandern und auch die Tiere. Das heißt, es entkoppelt sich mehr und mehr, das heißt, ich bleibe zurück, wird vom warmen Ende, ist bei uns in Mitteleuropa vom Süden her sozusagen gegart und komme nach Norden nicht schnell genug nach voran, um dort entsprechend noch nicht fortpflanzen zu können. Und das geht auch nur dann, wenn die Lebensräume da werden, wenn das Nächstes noch kommt. Also auch die vorhanden Seien von Lebensräumen weiter nördlich, die ja zum Teil anders in der Historie. Das heißt, auch da ist vor allen Dingen die Geschwindigkeit der Veränderung ein ganz großes Dilemma für Organismen, die es vielleicht schaffen könnten, dort weiter zu überleben, weil eben die Bedingungen nicht mehr stimmen. Ich habe auch in Koppelungen auch von Fraßpflanze und von Falter zum Beispiel haben so eine Analyse mal gemacht, wie sich durch Klimawandel die Verbreitungsgebiete ändern und zwar in verschiedenen Richtungen. Das heißt, die klimatischen Bedingungen für den Falter sind woanders dann optimal als für die Pflanze. Und dann ist klar, wenn der Falter sich nicht anpasst, was zum Teil aber passiert eben auch, aber meistens eben nicht, wenn der sich nicht anpasst, dann ist irgendwann Feierabend, weil das Futter nicht mehr da ist, was er fressen kann und da, wo es das Futter gibt, ist ihm zu kalt, zu heiß, zu feucht oder was auch immer. Irgendwas von dem passt dann nicht mehr. So, das wären so ein paar Aspekte, die jetzt damit reinkommen, wie viele andere, aber ich denke, Landnutzung ist bei uns ganz wesentlich und Klimawandel und vor allem die Kombination von beiden sind, glaube ich, schon zwei ganz wichtige Faktoren, die jetzt bei den Insekten wesentlich sind. Und woran kann man das denn eigentlich so sehen? Gibt es da Indikatoren? Ich stelle mir das schwierig vor bei so kleinen Tieren. Ja, also da sind natürlich Tagfalter ganz gut, weil die immer noch im Vergleich zu anderen Insekten erstmal nicht ganz so klein sind, zweitens nicht ganz so schwierig in der Bestimmung, also Bienen sind unendlich viel schwieriger zu bestimmen und drittens natürlich aufgrund ihrer, so muss ich sagen, des ästhetischen Elements, was viele Menschen einfach klasse finden, in Schmetterling, gibt es dazu noch relativ viele Daten. Das heißt, Tagfalter zum Beispiel zwischen Indikatoren, die herangezogen werden können für Bedingungen im Offenland, also speziell im Grünland-Bereich. Und wir haben da auch als europäische Initiative, da gibt es eine Stiftung, die heißt Butterfly Conservation Europe, die gibt es seit 15 Jahren jetzt, haben wir ein Monitoring etabliert über ganz Europa hinweg, also sagen wir mittlerweile sind es vielleicht 20 EU-Staaten, es fehlen noch ein paar, aber da sind wir gerade dabei, da haben wir dann praktisch Daten aus dem ganzen Kontinent, standardisiert erfasst, über Citizen-Scientists, also Ehrenamter, die vor allem mitmachen, etwa 5000 Leute bislang über ganz Europa und damit können wir zum Beispiel diesen Grünland-Indikator, das heißt der bei uns, einfach den Kontinent entwickeln und zeigen, wie sich die Trends für diese Grünland-Arten über Raum und Zeit hinweg ändern. Und damit haben wir einen Indikator für diese offene Landschaft, der auf Insekten basiert und der durch diese relative Einfachheit dieser Gruppe ganz gut an Daten kommt, weil eben ganz viele Menschen auch mitmachen. Und wir werden in ein paar Jahren das über ganz Europa haben, also es fehlen noch ein paar Länder im Osten, da sind wir gerade dabei, aber ich glaube, in drei, vier Jahren haben wir alle EU-Staaten unter dem gleichen methodischen Vorgehen vereinigt. Also ist ein bisschen, Prozess dauert noch ein bisschen, aber sieht gut aus. Ja, ich habe das Gefühl, das ist so ein Bereich, wo man ganz arg auf BürgerInnen auch angewiesen ist zur Zählung, oder? Ja, also klar, also Zählungen logischerweise sind ja immer personalintensiv. Zählungen jetzt bei ganz schwierigen Gruppen sind nämlich dann einfach limitiert durch die wenigen Experten, die es gibt. Also Superspezialisten. Experte ist, und Expertin ist eigentlich jeder, der sie irgendwo reinfuchst. Egal, was er formal ist, ob der Lokführer war, Straßenbahnfahrer oder was weiß ich, irgendwie Heizer im Heizwerk. Wir haben auch alles dabei bei uns, also bei den Ehrenamtlern. Alles Leute, die sich dann irgendwie auch für Natur interessiert und sich dann irgendwo reingefuchst haben. In dem Fall bei Schmetterling geht es wie gesagt gut. Wir haben in Deutschland nur 180 Arten mit den Alpinen gerechnet und außerhalb der Alpen vielleicht noch 140, 150. Das kriegt man hin. Vor allen Dingen hat jeder für sich vor der Haustür vielleicht 40 oder 50 Arten, wenn es artenreich ist. Und man kann sich vorstellen, 40 Arten, die hat man irgendwann drauf. Also ist man sehr bald Experte und damit kann man auch sehr gut arbeiten. Und dann hat man eben die Leute mit dabei. Das ist bei anderen Gruppen schwierig. Also Fliegen, da gibt es bei uns 7000 Fliegenarten in Deutschland. Die sehen erstmal alle gleich aus. Stubenflieger und Co., da muss man die Haare zählen. Da wird es schwieriger. Da brauche ich vielleicht andere Methoden auch. Das heißt, Bürgerwissenschaftler sind und Wissenschaftlerinnen sind für Gruppen, die nicht ganz so komplex sind, ideal, um viele Daten zu erheben, aber auch ideal, um für die Menschen den Zugang zur Natur zu schaffen. Einige bleiben ja richtig hängen und sind dann angefixt und machen dann mehr in der Richtung und werden dann vielleicht Experten zu irgendwelchen ganzen abgefahrenen Gruppen, was weiß ich, keine Ahnung, Staubläuse oder Springschwänze, also so Zeug, was ganz winzig und kleines. Also ein paar machen das, nicht viele. Die meisten bleiben dann doch bei ihren Leisten, also sprich bei den Schmetterlingen, bei den Tagfaltern. Andere machen vielleicht nur Nachtfalter. Auch eine spannende Gruppe, Nachtfalter, Motten, Vulgo Motte, aber Motte klingt irgendwie schlecht, denkt man, Kleidermotte und dann an Mehlmotte und sowas, was jede gute WG hat. Also diese Mehlmotten kennt ja jeder aus der Wohngemeinschaft. Ich glaube, jeder zweite hat sie und das war die Dörrobstmotte, Plodia Inter, wie heißt es nochmal, Plodia Inter.teller ist diese weit verbreitete Art, Nuss am Rande. Okay, total hübsches Tier, wenn man das mal genau anguckt. Wenn man sich die Muse nimmt und die Falte anguckt, so total schön mit so fast goldmetalligen Elementen, also unter dem Binokular. Okay, aber die meisten Motten sind eben keine Vorratsschädlinge, sondern einfach in der freien Natur und wir haben in Deutschland etwa 3000 Arten, was die wenigsten Leute wissen. 3000 Nachtfalterarten. Und wenn man die noch ein bisschen mit bearbeitet, dann gibt man noch viel mehr raus, auch über Lebensräume, die jetzt nicht ganz nur das Offenland betreffen. Also so Waldstrukturen, Waldränder, wo es viel Sträucher gibt, sowas, da gibt es auch sehr viele Arten drauf. Auch der Prozessionsspinner, der vorher erwähnte, ist natürlich ein Beispiel dafür. Übrigens der Prozessionsspinner, da habe ich ihn vorher erwähnt, als geheiligtes Objekt oder als spannendes Objekt, sage ich mal, der ist letztlich, war früher mal eine rote Listeart. Ich habe den noch von mir in meinem eigenen Feldführer, den ich mal vor 30 Jahren unter rote Liste 3 markiert gehabt. Aber durch die Veränderungen in klimatischen und Landnutzungsbedingungen und forstlicher Art hat sich der ganz stark ausgebreitet. Das heißt, auch eine gefährdete Art kann plötzlich das Gegenteil von gefährdet sein, sondern gefährdent, nämlich für uns, für unsere Gesundheit zum Beispiel. Das gibt es auch mal als Beispiel. Von daher ist es auch ein spannendes Phänomen. Eine Art, die wir jetzt gerne wieder los hätten, die wir vor 30 Jahren versuchten zu schützen, damit es uns nicht verloren geht. Also es ist auch eine sehr spannende Dynamik, die man da verfolgen kann. Gut, aber viele andere Nachtfalterarten sind natürlich auch extrem selten und gefährdet. Da kann man auch darüber vieles machen. Und wir entwickeln jetzt gerade eine Methode, auch über Europa hinweg, so in vier, fünf Ländern, wo wir versuchen, mit so ganz kleinen Mini-Lichtfallen, das sind praktisch Plastikeimer mit einer LED-Lampe, die man rausbringen kann, die Landwirte mit uns betreiben sollen. In Holland funktioniert das schon. Ich mache es für Deutschland. Im nächsten Jahr fangen wir damit an. die setzt man raus, hat die Funzel oben drauf und dann fliegen da Motten zum Licht. Das kennen wir ja, Motten zum Licht, das ist eine bekannte Redewendung. Und die setzen sich dahin, dann machen so Eierschachteln rein und dann verstecken die sich da drin. Und dann kann man am nächsten Morgen, wer auch immer, Lieschen Müller, der Landwirt, wer immer das machen möchte, rangehen, ein Foto machen und wir können mit KI mittlerweile über 90% der Arten über die Fotos einfach automatisch bestimmen. Spannend. Das heißt, wir versuchen damit auch weiterzukommen, dass eben zum Beispiel Landwirte so drei, so einmal aus Stellen im Bauerngarten, wenn es den gibt, einem Rand der Feldführung in der Mitte von der Intensiv-Landwirtschaftsfläche. Wenn wir das über Deutschland verteilt machen, das war die Idee dabei, das neue Projekt, wie gesagt, kriegen wir über die Gruppe noch wesentlich mehr Informationen. Also total spannend, macht total viel Spaß und die paar Leute, die bislang mitmachten, also auch die Landwirte, die wir schon haben, sind begeistert davon und da kann man sehr einfach mitarbeiten, ist nicht viel Arbeit, man macht ein Foto, schickt es hin und kriegt später eine Artenliste, die zumindest einigermaßen vollständig ist. Also schon eine geniale Angelegenheit. Das war jetzt wieder eine lange Antwort zu einer kurzen Frage. Ja, nee, aber das klingt sehr spannend, jetzt habe ich auch Lust drauf. Ja, was mich eigentlich interessieren würde, so warum spielen Insekten eigentlich so eine wichtige Rolle für unsere Ökosysteme? Also warum reden wir da jetzt überhaupt drüber? Also die Rolle, die sie spielen, ist natürlich, es gibt ganz viele Arten, das heißt, sie haben ganz viele Nischen, die sie besetzen und sie sind auch sehr abundant, sehr häufig, also das Stichwort Biomasse kommt da mit rein. Das heißt, indem sie so häufig da sind und so viele Arten haben, müssen sie sehr viele Funktionen wahrnehmen. Das ist erstmal eine Frage der Logik. Wenn man das anguckt, okay, es gibt ganz viel. Viel mehr, als es Wirbeltiere gibt, auch viel mehr, als es Pflanzenarten gibt. Und das heißt letztlich, dann guckt man sich genau an, warum ist denn so? Und dann haben die eben alle ihre ganz spezielle Funktion im System. Und einige wichtige Funktionen sind gleich die, ja, ich habe es vorher schon mal genannt, als Beispiel, die Funktion, die man hat, im Sinne von Gegenspielern von anderen Insekten. Das heißt, wir haben praktisch, es ist toll, dass wir Insekten haben, aber verdammt normal sind blöderweise auch Weiche dabei, die mögen wir gar nicht, sogar weil die unser Essen wegfressen zum Beispiel oder Schaden verursachen. Das heißt, erst mal haben wir einen sogenannten Disservice durch die Biodiversität, nämlich die, die uns konkurrieren, für uns Konkurrenten sind und dann ein Service, in dem man eben die Gegenspieler auch hat, also praktisch diese Bio-Control-Agents, diese natürlichen Feinde, also Schlupfwespe und sowas, was ganz wichtig ist. Sowohl im Forst ist eine wichtige Geschichte, aber im Agrarbereich zum Beispiel auch. Oder was jeder auch weiß, natürlich all unsere Obstsorten, alles, was sie zu uns nehmen, was Vitamine beinhaltet, fast alles, ist sehr stark abhängig von Bestäubung. Also ohne Bestäuber gäbe es einfach vieles dessen nicht, was wir als Grundnahrungsmittel zu uns nehmen. Also nicht die Kohlenhydratgeschichten, das haut auch ohne Bestäuber hin, also Weizen, Hafer, Roggen, das geht alles gut, Reis auch. Aber sobald es in Richtung Obst geht, wird es ganz anders. Da geht es um Vitamine zum Beispiel, da geht es um Folsäure, da geht es um ganz verschiedene Inhaltsstoffe. Das heißt, eine gesunde Ernährung des Menschen ist essentiell davon abhängig, dass das System der Bestäubung funktioniert. Und es sind ja drei Viertel unserer Nahrungspflanzen sind ja mehr oder weniger abhängig von tierischen Bestäubern. Also von der Menge her gesehen, von Artenzahlen sogar noch mehr. Und auch die große Masse der Pflanzen, die wir sonst jetzt nicht direkt nutzen, die aber in der Natur vorkommen, die einfach blühen, blühen ja, weil sie jemanden anlocken wollen normalerweise. Sie sind ja hübsch und bunt, nicht für uns, sondern für Bienchen und sonst wen, der vorbeikommt und eben dort eben landet und dann eben dieses Business der Bestäubung vollzieht. Und gleich die Pflanze erst mal nur ein bisschen was anbietet, ein bisschen Nektar, ein bisschen Süßigkeiten, um ihn so anzulocken, diesen Bestäuber. Und der hat dann so gleich die Pollenlast mit dabei und nimmt das dann mit. Also ein bisschen Trick mit dabei natürlich auch. Aber das ist im Wesentlichen, das sind zwei Beispiele, wo Insekten eine ganz essentielle Funktion haben, die auch gleich direkt mit uns sehr stark verlinkt ist. Es gibt viele andere Beispiele auch noch. Natürlich auch Regulationen, wenn man einen Wald nimmt, die Aufrechterhaltung von Vogelpopulationen. Ich meine, ein Vogelfist weiß Gott, wie viele Hundert raubt man am Tag. Das heißt, er hat einen Riesenverzehr an Futter, was ja auch erst mal da sein muss, was eine Masse bilden muss, damit die Vögel auch da sein können. Und die Vögel wiederum sind ja dann wesentlich, um das Ganze wieder in der Balance zu halten. Wenn die Vögel erst mal ausfallen, dann können die anderen sich wieder vermehren. Immer das selbe Prinzip. Hält einer raus, werden die anderen zu viel, wird das irgendwie einseitigen und damit kollabiert das System. Ja, da sind wir eigentlich schon bei einem Thema, über das ich unbedingt sprechen wollte, nämlich über die Bienen. Und vielleicht starten wir dann erst mal noch mal mit einem zugeben, sehr, sehr dystopischen Gedankenexperiment, was Sie auch selber in Ihrem Buch aufziehen. Ja, in dem wir uns eine Welt vorstellen, in der es keine Bestäuber mehr gibt. In der Lebensmittel, nicht alle, aber viele knapp sind. Und dort, wo noch etwas wächst, muss es oft durch Menschen mühevoll per Hand bestäubt werden. So ähnlich findet man das ja zum Beispiel in dem Roman Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Genau, und jetzt würde ich gerne gemeinsam mit Ihnen mich der Frage annähern, wie realistisch dieses Szenario denn eigentlich ist. Sie haben uns jetzt schon erzählt, warum Bienen denn so wichtig sind. Und damit wäre dann auch meine Frage, sind die Stäuber denn so bedroht? Sieht das wirklich so schlecht um die Bienen aus, wie in dem Roman oder wie in diesem Gedankenexperiment, das auch Sie in Ihrem Buch machen? Also fangen wir mit der letzten Frage an, der Zustand oder der Stand der Bedrohung der Bestäuber. Erstmal per se die Honigbiene als bekannteste Bestäuberart ist im Prinzip ein Haustier. Also nach Rind und Schwein glaube ich, das drittwichtigste Haustier überhaupt ist Homo sapiens. Und von daher ist es selten so, dass unsere Nutztiere erst mal als Grobkategorie wie Rind oder Schwein oder Biene eben gefährdet sind. Da sehr stark davon abhängig sind, wie wir damit umgehen, wie wir sie managen. Da kommen wir später vielleicht sogar zu ganz anderen Themen noch in Sachen Tierhaltung, aber machen wir mal bei der Biene. Bienen haben im Laufe der letzten 50 Jahre von der Gesamtanzahl von Bienenstöcken global um 50 Prozent zugenommen. Das heißt, von wegen Bienen sterben, das ist lokal richtig. Die meisten Menschen denken bei Bienen sterben auch nur an die Honigbiene, ist oft so definiert worden. Das ist lokal richtig, aber zum Teil sogar national der Fall gewesen, in gewissen Ländern, aber nicht bei denen, wo man es erwartet. Also wir hatten Rückgänge zeitweise in Deutschland zum Beispiel gehabt, aber wir haben jetzt einen anderen Trend, Rückgänge, die zum Teil damit zusammenhängen, dass wir große Mengen von Imkern hatten, die aufgegeben haben. Es gibt einen ganz klaren Krieg in Deutschland nach der Wende. Wenn man Gesamtdeutschland nimmt vor der Wende, nach der Wende, um die Wendezeit geht es runter, weil viele Imker im Osten aufgehört haben, das zu machen. Mittlerweile gibt es die ganzen Bewegungen, Berlin summt, Würzburg summt, wer auch alles summt, also ganz viele Städte summen und machen entsprechend das mit den Bienen und damit haben die erst mal mehr Bienenstöcke. Die sind jetzt nicht gleich wie von den professionellen Imkern, aber dennoch tragen sie das so weiter als Bienen, da sind die Bestäubungsleistung vollbringen natürlich. Also da haben wir jetzt erst mal nicht das Problem, dass die komplett jetzt irgendwie gefährdet werden oder eigentlich gar nicht gefährdet sind. Aber zum anderen ist es auch so, dass natürlich die Honigbiene auch nur ein Teil dieses Jobs erledigt. Je nachdem, welche Kulturpflanze ich habe, ist es sehr verschieden. Aber Honigbiene ist, glaube ich, vielleicht ganz wichtig noch bei Erdbeeren. Das ist die Hälfte der Bestäubung, bei Erdbeeren machen Honigbienen. Nehme ich aber andere Kulturpflanzen, irgendwelche Lupinen oder sowas, also eine Zwischenfrüchte, dann ist fast die Masse so durch Hummeln bestäubt. Nämlich Obst ist die Honigbiene vielleicht so an einem Viertel beteiligt. Und sehr viele andere Gruppen dann auch, also Wildbienen eben auch, Späbfliegen noch und manchmal auch ganz andere Gruppen. Also Schmetterlinge machen das auch ab und zu mal natürlich, aber auch noch bestimmte Fliegenarten. Also bei Raps, wenn Raps jetzt, wenn wir Rapssorten vor uns haben, die Bestäubung brauchen, sind nicht alle so, es gibt auch Rapssorten, die brauchen es gar nicht mehr. Die Bestäubung brauchen, habe ich dort von den klassischen Bestäubern nur einen kleinen Anteil. Also Bienen, Honigbienen, Schmetterlinge machen dort, vor allem Bienen und Honigbienen machen sehr wenig aus. Und über die Hälfte sind so dieses Tutti Frutti von allen möglichen anderen Insektenarten, die da rumschwirren und irgendwie sich da am Nektar bedienen. Es gibt natürlich bei Raps, wie schon angedeutet, eben auch Sorten, die das gar nicht brauchen. Das heißt, die im Prinzip ohne Bestäubung klarkommen. Es wird auch mehr und mehr angebaut zum Teil, ist zum Teil dann ein Problem als Ursache für den Rückgang von Bienen, aber vor allen Dingen auch eine Folge von Bienenarmut in der Landschaft, dass sie dann Kulturpflanzen nehmen, wo ich nicht mehr so abhängig bin von den Bienen. Also es ist eine Anpassung zum Teil auch. Die mittelfristigen eigentlich ungünstig ist. Okay, aber dann, es ging um die Dystopie, um mein Buch, um den kompletten Verlust. Also wir haben sicher jetzt nicht das Problem, dass wir alle Bienen werden einbüßen, die im Großteil unterhalten bleiben. Großteil im Sinne von Masse, aber nicht von Arten. Also in Deutschland, wir haben, glaube ich, über 50 Prozent unserer Bienenarten sind auf der roten Liste, was schon sagt, dass der Trend negativ oder sehr negativ ist. Wir können uns noch eine ganze Menge da verlieren. Natürlich geht es einher auch mit dem Verlust von ganzen Systemen, die es gar nicht mehr gibt. Das heißt, wenn das System nicht da ist, kann ich auch nichts mehr bestäuben im System. Also bin ich auch nicht mehr da, wenn die Pflanzen fehlen, bestimmte Altenlandlustungstypen und sowas fehlen. Das heißt, Sie haben eine Homogenisierung der Landschaft, ein Phänomen, das Sie überall haben, damit weniger Arten, die vielleicht dennoch für diese Landschaft noch okay sind. Aber natürlich sind die Landschaften dann, weil sie weniger vielfältig sind, auch anfällig gegen Veränderungen und damit auch nicht so gut gepuffert. Das Gleiche gilt bei der ganzen Bestäubungsthematik, sobald Zentralarten durch klimatische Bedingungen zum Beispiel wegfallen und nicht mehr genügend andere ähnliche Arten da sind, die vielleicht diese Nische einnehmen können zum gewissen Grad, nie komplett, sonst wären sie ja gar nicht eigenständig entstanden, sind immer ein bisschen anders. Aber wenn sich was ändert, kann es sein, dass gewisse Arten diese Nischen einnehmen, die neu entstanden sind und andere fallen weg. Wenn ich dann natürlich in der Umgebung nichts mehr habe, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Von daher ist es schon wesentlich als Versicherungsidee letztlich auch, das mitzudenken. So, wenn wir also so weitermachen wie gehabt, werden wir diese Versicherung nach und nach ein bisschen, so muss man sagen, die setzen wir ins Risiko, die nehmen wir in Kauf, dass wir die einbüßen. Wenn wir dann feststellen, dass es nicht funktioniert, ist es leider zu spät, ist der Haken an der Geschichte. Weil die Sachen sind ja irreversibel, das sind auch so Kipppunkte, wenn man so wollte. Also wenn man das merkt, wenn ein Kipppunkt klar ist, wenn man es bemerkt hat, dann ist es vorbei. Das heißt, ich hoffe, wir können ganz wenige davon in Erfahrung bringen, wirklich, weil die sind nicht irreversibel. Das ist einfach die Schwierigkeit. Wir können es aber sehr schwer vorhersagen. Ich nehme mal das Beispiel von diesem, was früher schon gemacht wurde als Beispiel. Ich habe ein Flugzeug, das mit ganz vielen Nieten zusammengehalten wird und da geht es um Atemvielfalt insgesamt. Und wenn eine einzelne Niete rausspringt, das ist völlig egal, der Flieger fliegt weiter. Dennoch wissen wir bei Fortschreibung dieses Prozesses, eine nach der anderen, irgendwann fällt das Ding auseinander natürlich. Wir wissen noch nicht, wann. Wenn wir es wissen, wann es war, wissen wir es zwar ganz genau, aber der Flieger fliegt nicht mehr. Also von daher, das System funktioniert nicht mehr. Das sind so ein bisschen diese Überlegungen, die da wichtig sind. Das habe ich da immer für ein, jetzt muss man sagen, schon für das Vorsorgeprinzip, plädiere, dass wir einfach da nicht zu sehr ins Risiko gehen in dem Fall, weil das ist eine irreversible Geschichte am Ende. Die Thematik, die noch angesprochen war, Handbestäubung, das ist immer das schöne Beispiel aus China. Also da gibt es Menschen, die das machen. Das war auch, das gibt es auch wirklich, es gibt so einen Teil, wo das im Prinzip auch der Fall ist. Da habe ich im Buch ein bisschen mehr darüber geschrieben letztlich, wo es eigentlich um eine, so sagen, die Bekämpfung von, ich weiß gar nicht, es ging um Spatzenbekämpfung, glaube ich letztlich, was das Ursprüngliche war und die Spatzen aber sehr viel, die waren halt auch eine Plage gewesen, die wurden dann praktisch vergiftet und damit einherging auch in, so muss man sagen, starke Störungen von den Ökosystemen, starke Störungen auch von den, so muss man sagen, diesen Insektengemeinschaften, was dazu führt, dass auch alle Bienen eigentlich weg waren, also totgespritzt im Wesentlichen. Was hat dann dort die Menschen übernommen, aber ein Homo sapiens ist einfach ein verdammt schlechter Bestäuber. Der hat das einfach nicht gelernt in der Evolution. Bestäubung ist nicht sein Ding. Also Jagen ist okay, Sammeln ist auch okay, aber Bestäubung ist nichts. Das heißt, es klappt schon, da kommt schon was raus, aber natürlich mickige Früchte und das ist total viel Arbeit. Wenn wir versuchen zu kalkulieren, wie wertvoll Bestäubung für uns ist, machen wir manchmal ja Annahmen, dass der Mensch das alles machen würde. und dann muss man die Arbeitskosten rechnen. Das heißt, ob es wäre bei uns unendlich teuer, weil unsere Arbeitskosten sehr hoch sind, in China ein bisschen billiger, in anderen Billiglohnländern noch billiger, damit natürlich auch das ist auch finanzierbar zum Teil, für uns zumindest dann wieder, vor Ort vielleicht nicht. Das heißt, so zahlen wir 600 Milliarden Euro pro Jahr an Wert für Bestäubung, was zum Teil gerechnet wurde, ist auch eine Kalkulation, wo mit reinkommt, wenn die Bestäuber fast nicht mehr da sind und wir sie ersetzen müssten. Das ist aber eine durchaus spannende Größenordnung, um sich Gedanken zu machen. Momentan haben wir ja 150, 200 Milliarden, die nach Sichtweise Euro pro Jahr, die wir als gratis Leistung monetärer Art für die Bestäubung einfach mitnehmen als Menschen. Das ist auch ein ziemlich großer Posten, würde ich sagen. 150 Milliarden ist schon eine ganze Menge Kohle, die nur einfach so gewährleistet wird. Das sind die Weltmarktpreise von bestäubungsabhängigen Produkten für ein bestimmtes Jahr korrigiert um den Grad der Abhängigkeit der Bestäubung von der Bestäubung für die einzelne Produktkategorie. Also fast 100 Prozent Obst, also Obst, Äpfel, Birnen ist ja da so 50, 40 Prozent sowas in der Größenordnung. Das ist alles mit reingerechnet und korrigiert. Da kommen die 150 Milliarden raus, das ist auch für das Jahr 2000, ich weiß nicht mehr, schon ein paar Wochen her. Also irgendein 2000er Jahr war es gewesen. Okay, also von daher, das ganze Flöten geht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es immer Arten gibt. Natürlich wird es immer Anpassungen geben, aber wir haben halt mehr und mehr Risiken, dass gewisse Dinge aus dem Ruder geraten. Da kommen wir dann vielleicht irgendwann auch zur Pandemie-Thematik. Das ist ein ganz ähnliches Phänomen. Sobald ich Diversität ersetzt durch Monotonie, habe ich viel höhere Risiken für die Zukunft, auch für die Gegenwart zum Teil, weil dann Dinge aus dem Ruder laufen. Unser Problem ist ja einfach, dass dann bestimmte Arten, also von Viren bis hin zu irgendwelchen Schwammspinnern, einfach dominant werden, weil das System keine Gegenspieler mehr hat und gar nicht mehr regulierend tätig sein kann. Das ist was Gemeinsames, was wir über alle Ökosysteme fast global auch beobachten können. Danke für diesen differenzierteren Beblick darauf. Jetzt haben das aber ja schon viele Menschen erkannt. Wir haben ja auch in Bayern dieses Volksbegehren rettet die Bienen gehabt. Wie sehen Sie das? Tut sich hier was? Also das Volksbegehren in Bayern, das war ja spannend, rettet die Biene. Hieß es, glaube ich, sogar im Singuland. Die Biene, glaube ich, war offiziell der Titel. Das war der Aufhänger. Aber es ging natürlich letztlich um die Biodiversität. Wenn man genau anguckt, wenn man das Ding gelesen hat, was ja auch einige Menschen tun, bevor sie irgendwas unterschreiben. Hoffentlich viele, aber nicht immer alle. Ich weiß das nur, weil ich eben aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, da durfte ich ein bisschen privat beratend tätig werden. Die erste Frage war, ist sowas sinnvoll? Da habe ich zurückgefragt, habt ihr es gelesen? Nö. Ja, lese doch mal. Ist da nicht so viel Text? Oh, klingt eigentlich ganz gut. Jo, also, was heißt das? Jo, stimme mir mit ab. Das ist die Kurzfassung des Prozesses, der ein bisschen länger dauerte. Das heißt, man kann mit so einem Thema wie das Bienenthema, kombiniert mit anderen Aspekten. Wenn man Bayern jetzt nimmt, zum Beispiel diese, so muss ich sagen, Verbundheit mit der Landschaft, vielleicht auch ein bisschen das Heimatgefühl. Heimat ist ja auch ein Begriff, der nicht ganz, also unkompliziert ist, aber oft sehr hilfreich sein kann, oft auch negativ, je nachdem, wie es eingesetzt wird. Ich verwende ihn sehr gerne, weil es im Prinzip die Basis ist, für Menschen, sich für irgendwas zu engagieren. Wenn die Heimat sich ändert, sich Dinge nicht mehr so darstellen, wie man es eigentlich aus der Jugend kennt, dann wird man irgendwie, wie soll man sagen, man macht sich Gedanken, was da geändert werden muss. Von daher ist es eine wichtige Komponente. Wir haben auch ein bisschen globalen Bericht, den wir gemacht haben für diesen Weltbiotifrat, als eine der Leistungen Heimatverbundenheit in der deutschen Fassung drin. Im Englischen war es Sense of Place, das ist irgendwie einfacher. Aber die deutsche Fassung war nicht ohne, haben wir lang diskutiert, uns aber doch für Heimatverbundenheit entschieden, weil es letztlich auch gewisse Diskussionen provoziert, die eigentlich auch konstruktiv sein können. Also ich denke, mit diesen verschiedenen Elementen können wir ganz verschiedene Teile der Bevölkerung mitnehmen auf so einem Weg, der letztlich ein gemeinsames Ziel hat. Und ich glaube, man ist sogar weit mittlerweile über das Ziel schon einig, nur der Weg ist natürlich reichlich umstritten. Das sieht man ja auch bei den neuen Bundesregierungen. Okay, die Ziele sind alle irgendwie ähnlich. Nur wie man das macht, da ist die Idee von Christian Lindner eine völlig andere als von Annalena Baerbock, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie das dann zusammenläuft. Also das Ziel ist klar. Da gab es noch mal einen Beitrag in der Zeit von Fritz Habekus. Überschrift hieß Ziel sucht Weg. Fand ich eine super Zusammenfassung. Dasselbe Habekus hat übrigens auch mal zusammengefasst unseren globalen Bericht zur Weltbiotistelle mit zwei Worten. Todesursache, Doppelpunkt, Mensch. Das wäre die Ultrakurzfassung von 1500 Seitentext. Okay, also von daher zum Teil sind Journalisten wirklich gut, Sachen auf den Punkt zu bringen. Sehr vereinfacht, aber dennoch richtig und plakativ und okay. Also ich denke, wir sind auf einen ganz guten Weg. Wir nehmen auch mehr und mehr Leute mit. Wir müssen aber den Diskurs natürlich führen, über den Weg, wie der aussehen kann. Und da kann man nicht sagen, der Weg A oder B oder C ist der bessere. Vielleicht sind ganz viele komplementäre Wege auch wichtig, die wir haben müssen. Weil ich denke, auch wenn es nicht gelingt, die Gesellschaft insgesamt mitzunehmen, also wenn nur wenige vorgeben, was gemacht werden muss, geht es garantiert auch in die Hose. Wenn irgendwelche Sachen dann nicht mehr passen, dann gibt es entsprechende, so muss man sagen, Gegenbewegungen. Also ich denke nicht, dass eine Öko-Diktatur, was es dann wäre, der richtige Weg sein kann, um eine Gesellschaft zukunftsfähig und zukunftssicher zu gestalten. Also von daher ist gleich der Sprung jetzt vom Detail hin zur Gesellschaft, aber das ist eine ganz wichtige gemeinsame Sache. Also ich würde immer Biodiversitätsschutz, Klimaschutz, soziale Frage, das muss alles immer mindestens in diesem Kontext gedacht werden. Und wenn ich dann schreibe von der Triple-Krise, ist es sehr ähnlich. Ich meine, die Pandemien ist ja auch ein Zeichen für nicht nur, aber auch soziale Faktoren, die eine Rolle spielen, damit dazukommen. Ja, wenn wir jetzt schon bei der Pandemie sind, was hat es denn zu tun mit Biodiversität? Also Sterben von, so muss ich sagen, die Beeinflussung unserer Natur durch menschliche Aktivitäten ist ein wesentlicher Faktor, der dafür sorgt, dass auch Pandemien ausbrechen können. Ich fange jetzt mal an mit dem Beispiel, dass wir in Regenwälder vordringen. Das ist eins, was ein bisschen bekannter ist auch, wo wir dann durch die Vernichtung von dieser großen Vielfalt und die, muss man sagen, und die Herrichtung einer sehr monotonen Umgebung, zum Teil eben auch mit entsprechend wenigen, aber dann dominanten Wirbeltierarten, also Fledermausarten zum Teil, aber es können auch Rinder sein oder was auch immer, dann dafür sorgen, dass ganz wenig Tiere dort eben ganz viel Platz haben, hohe Dichten erreichen und eben die Viren, die ja alle Tiere letztlich auch haben, auch unsere Bienen haben Viren, das ist ja etwas ganz Vertrautes in der Natur. Es gibt ganz viele Viren, also fünf, sechs Virenarten allein auf verschiedenen Honigbienen und Wildbienen, die bei uns unterwegs sind. Also da haben wir eben dann Viren, denen es dann besonders gut geht, weil sie ja ganz tolle Wirte vor sich haben, ganz große Herden, große Massen und sie erstmal schnell ausbreiten können und damit eigentlich auch schnell mutieren können, weil es einfach sehr zügig geht. Und natürlich haben Viren einen superschnellen Zyklus. Das stellen wir jetzt ja alle fest, wie schnell sowas gehen kann, im Gegensatz zu anderen Zyklen. Das heißt, da gibt es ganz schnelle Evolution. Wenn dann noch der Mensch stark in Kontakt geht, ist das Risiko einfach hoch, dass ab und zu mal einer überspringt. Das ist das sogenannte Zoonosen-Effekt, dass eben Viren vom Tier auf den Menschen oder auch zurück überspringen. Das nennt sich ja Zoonose. Das eine Phänomen, das andere ist, wenn ich entsprechend viele Tiere zusammenbringe, diese klassischen Beispiele, diese Wuhan-Wet-Market-Konstellation, wo eben von entsprechenden Wildtiere gehandelt werden, in hohen Dichten sind und damit auch natürlich auch innerartliche Grenzen durch diese dichte Haltung mal leichter überschritten werden können, gibt es auch ein höheres Risiko von Zoonosen. In beiden Fällen geht es darum, wie wir Natur behandeln und was aus dieser Behandlung entsteht. Und das sind ja meistens dann irgendwie komische oder künstliche oder, so muss man sagen, unter Stress stehende Systeme mit wenigen Arten oder mit vielen Arten unter Stress, die dann spezielle Bedingungen haben, wie auf dem Markt. Unter solchen Bedingungen haben Viren einfach gute Bedingungen, wo sie einfach sich ausbreiten können. Das ist normalerweise erst mal ein Phänomen, das auf der lokalen Skala wichtig ist. Das heißt, wir haben lokale vielleicht Epidemie oder sowas ähnliches. Aber dadurch, dass wir natürlich so handeln, wie wir handeln, also ich meine ganz wörtlich, Welthandel betreiben, aber auch, wie wir uns bewegen, Reisen machen, etc., ist natürlich eine Epidemie ganz schnell auch eine Pandemie, sprich den ganzen Globus betreffend. Bei Covid-19 war das ja so offensichtlich, es hatte nur ganz kurze Zeit gedauert, bis die ganze Welt praktisch erreicht war. Das ist schon irre, wie schnell das ging. Es waren nur wenige Wochen, wenn überhaupt, also zwei, drei Wochen war es gewesen und alles verbreitet hat, Ende 19, Anfang 2020. Und da ist es eben so, dass diese, so muss ich sagen, starke Zerstörung der Natur in kurzer Zeit eben zu genau solchen Phänomenen führt, weil auch gar keine Möglichkeit ist, eine langsame Entwicklung, die vielleicht auch entsprechende Gegenmechanismen zum Beispiel mit erzeugen kann oder die auch dafür sorgt, dass diese Verringerung der Vielfalt nicht schlagartig ist, sondern ganz allmählich vor sich geht. Das sind alles Prozesse, die langsamer gehen, haben mehr Chance für die Natur, sich anzupassen. Und umgekehrt ist es schneller, desto eher das Risiko, dass ganz bestimmte Organismen sie einfach entsprechend ausbreiten können, wo sie ganz tolle Bedingungen haben. Super Garten Eden aus Sicht dieses Organismus, was sehr wenige sind, aber die sind ganz klasse und die breiten sich aus. Das sind dann eben die Viren, das sind dann die Schädlinge im Forst, etc. Also alles sehr ähnliche Phänomene eigentlich, die dahinter liegen. Von daher ist der Link jetzt kein Link zwischen erst mal direkt Insekten und Pandemien, aber natürlich ein Link zwischen der ökosystemaren Vielfalt und Pandemien. Natürlich haben wir noch andere Phänomene, wo Insekten eine wichtige Rolle spielen. Das habe ich vorher auch diese Stechmücke als Beispiel nannte, auch mehr so als Moment. Das ist noch eine Sache, die uns auch betrifft. Wir haben ja auch das Phänomen, dass durch Klimawandel bestimmte, so muss man sagen, mediterrane Arten oder tropische Arten zu uns kommen, die auch entsprechende Krankheiten in sich tragen, ja bei den Stechmücken eben auch. Und damit ist eben auch eine Mücke, kann schnell zum Elefanten werden, indem es nämlich genau für sowas sorgt, dass neue Krankheiten kommen, wo wir gar nicht gegen gefeit sind. Und dann haben wir ganz schnell diesen Link zwischen, sagen wir zumindest mal Mücke und Krankheitsausbruch. Vielleicht nicht gleich Pandemie, aber was in die Lichtung halt auch gehört, in diese ganze Zornosenthematik mit reingehört. Ja. Ja. Mensch, ganz, ganz, ganz vielen Dank, weil wir sind ja jetzt schon ziemlich, haben schon ziemlich lange über die verschiedenen Themen geredet und jetzt würde ich gerne mal kurz eingreifen und eigentlich euch fragen zum Abschluss, wenn ihr jetzt Bundeskanzler wärt, ist eine Rolle, die man, die eine begehrte Rolle oder Bundeskanzlerin und wenn euch das nicht reicht, weil ihr sagt, da muss man sich zu viel abstimmen, dann König von Deutschland oder Königin, ja. Wenn ihr das wärt und jetzt mit all diesen Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, was würdet ihr denn als erstes machen, um hier Antworten auf die, ja, Biodiversitätsverlust und die ganzen Herausforderungen auf die Dribbelkrise zu geben? Sollen wir anfangen? Darfst du anfangen. Ja, dann kann die Annika noch ein bisschen nachdenken. Okay. Also ich würde natürlich von daher gleich diese Idee des Königs der Welt von mir weisen. Ich habe ja vorher erwähnt, es geht ja auch um Fragen der sozialen Systeme. Ich denke, es wird wichtig sein, bei all diesen Lösungsansätzen letztlich mit demokratischen Prozessen zu arbeiten. Das heißt, ich muss die Menschen mitnehmen. Das heißt, die Rolle von Kanzler und König ist für sowas nur bedingt geeignet, wenn ich es dann mache, als guter Moderator eines Prozesses, der wichtig ist. Das wäre für mich so diese Voraussetzung. Und dann gibt es natürlich nicht das eine Ding, das es zu lösen gilt. Das ist eine systemische Frage, was wir immer unter Transformation verstehen. Das heißt, wir müssen letztlich die Leute mitnehmen, wenn es darum geht, die Einstellung zur Welt letztlich zu ändern. Was sind unsere Prioritäten? Ist es das Bruttoinlandsprodukt, also ökonomische Größe, oder ist es eher das, im Englischen, Human Wellbeing? Das ist der Menschheit insgesamt gut, und zwar allen ähnlich gut. Das heißt, das sind Dinge, um die es geht. Das heißt, es geht darum, zum Beispiel die Weltbevölkerung in den Griff zu kriegen, was aber nicht schnell geht, was aber auf einem guten Weg ist, aber noch ein bisschen dauern wird. Es geht darum, dass wir die Ungleichheiten beseitigen, sowohl Nord-Süd als auch innerhalb von Gesellschaften. Da laufen wir immer mehr auseinander, auch bei uns, aber überall ist auch die Schere immer weiter werdend, innerhalb der Länder und auch zwischen den Ländern, also Nord und Süd. Eine Entwicklung, die schon lange beobachtet wird, die lange kritisiert wird, die man in den Griff kriegen muss. Das heißt, wir brauchen ein Finanzsystem, ein ökonomisches System, das dem Ganzen Rechnung trägt. Das heißt, von daher brauchen wir auch natürlich Prozesse, die auf der globalen Skala funktionieren und dennoch, die dazu führen, dass Lokalsachen umgesetzt werden. Das klingt erstmal ganz trivial und ganz allgemein ist auch schwer zu erreichen, aber es geht nur, wenn wir die Leute mitnehmen und die müssen es auch umsetzen. Alles andere funktioniert nicht. Ja, das war eine sehr sozialwissenschaftliche Antwort. Sorry, tut mir echt leid, bin ich jetzt ins fremde Gebiet geraten. Nee, nee, dann gehe ich einfach weiter ins fremde Gebiet, das ist auch in Ordnung. Denn ich glaube, was ich so gelernt habe aus unserer Podcast-Folge und auch aus der Lektüre, sind die Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Krisen und Phänomenen und ich glaube, da würde ich ansetzen. Ich glaube, das wäre mir wichtig, das zu vermitteln, dass es eben nicht nur eine Biodiversitätskrise gibt, sondern auch eine Klimakrise, die auch zur Gesundheitskrise werden kann. Und ja, vielleicht wäre eine Maßnahme, dann die bei der Klimakrise vielleicht anzusetzen und nochmal Kohlekraftwerke nochmal ein bisschen schneller auszuschalten. Aber ich glaube, auf diese Wechselwirkungen, das habe ich jetzt gelernt und das werde ich auch beibehalten auf jeden Fall, ja. Das kommt ja dann gleich zu meiner Abschlussfrage. Was hast du gelernt außer den Wechselwirkungen? Heute in dem Podcast, gibt es noch irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das habe ich gelernt? Ja, ich glaube, dass man das alles ein bisschen differenzierter betrachten muss. Nicht überall sterben Insekten, glaube ich, in gleicher Weise. Das habe ich gelernt. Und es ist aber trotzdem wichtig, dass man ja schon auch Entwicklungen sehen kann, die dramatisch sind und die wir zwar differenziert betrachten müssen, aber wo auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht. Und Sepp, was würdest du jetzt der Annika und den jungen Menschen mitgeben, vielleicht als zwei, drei Tipps, wie sie für die Zukunft mitnehmen können? Die Zukunft ist ja eure. Das ist ja nicht mehr unsere, so ein bisschen auch, aber es ist eure. Das heißt, es geht darum natürlich viel zu sorgen, dass wir auch danach, also wenn wir, die wir es zum Teil hier verbockt haben, vielleicht noch ein bisschen was hinkriegen, dass aber im Prinzip das Leben weitergeht oder es wieder besser wird. Und ich denke, da kann man nicht früh genug einfach engagiert sein. Also ich glaube, alle Engagements, egal fast in welchem Kontext, sind hier wesentlich, weil sie ja letztlich alle auch dazu führen, dass auch Politiken sich ändern. Man sieht das ja Fridays for Future als ein Beispiel, was oft genannt wird. Auch andere Initiativen. Jede Initiative, die sich um diese Inhalte kümmert und die dieses unter das Volk bringt, ist wesentlich und hilft sicher auch, die Leute mitzunehmen bei diesen Umsätzen. Und natürlich mit lokalem Beispiel vorangehen ist auch ein wichtiger Punkt, dass man kann ja lokal was machen, angefangen vom Garten. Also wenn die Oma oder der Vater so einen blöden Steingarten hat, ist es schwierig. Innerfamilie ist immer schwierig. Ich weiß aber, es ist eine ganz spannende Übungsstrecke, dass man da vielleicht was tut in Richtung Chaos. Ich bin ein Fan von Chaos im Garten. Einfach Vielfalt ist ja auch Chaos zu einem gewissen Grad. Oder halt eben Engagement für lokale Lieferketten. Entsprechende Geschichten, wo es darum geht, wie wird gehandelt? Was machen die Unternehmen? Was sind die Hauptprobleme, die wir haben? Lokal sind ja häufig auch so Dinge wie die entsprechenden Konzerne, die Lebensmittelkonzerne zum Beispiel ganz viel letztlich ausmachen an dem Problem, das wir haben. Weniger die Landwirte. Das heißt vielleicht auch Allianzen zu bilden mit den Akteuren, die es gar nicht so gerne sind, zumindest vom Image her nicht, nämlich Landwirte und den Menschen, die sich auch für nachhaltig einsetzen. Ich glaube, da finden wir sehr viele Gemeinsamkeiten. Das Problem liegt eher auf der Seite, dass es gewisse Kräfte gibt, also wie eben auch die Privatwirtschaft zum Teil zumindest, die eben da noch nicht so weit sind, mit den Lösungen zu kommen, die sie eigentlich auch in der Hand haben. Aber die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik agiert immer auch dann, wenn auch der Verbraucher dazu beiträgt. Wobei ich aber nicht glaube, dass allein diese Bottom-up-Geschichte reicht. Aber dennoch, je mehr ich die Politik hinter mir weiß oder je mehr die Politik weiß, sie hat eine Mehrheit in der Bevölkerung, so eher kann sie auch etwas durchsetzen, ohne vielleicht zu viele Schwierigkeiten erwarten zu müssen. Wenn gleich die Aufgabe von Politik nicht ist, widerstandsfreie Sachen zu machen natürlich, aber je mehr Konsens hergestellt wird, um so eher sowas zu erreichen. Also ich bin nur für beides Top-Down, Bottom-Up müssen wir kombinieren und sich einfach auch im eigenen Umfeld entsprechend engagieren natürlich auch. Herzlichen Dank für diese spannende Diskussion und das war auch jetzt ein super Schlusswort. Sich selber engagieren, im eigenen Garten, im eigenen Umfeld anfangen und einfach auch Chaos zuzulassen, damit es den Insekten gut geht. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören und wenn Sie sich erinnern, unser aller Engagement ist gefragt, auch als Citizen Scientist, als Stadtgärtner, überall wird Engagement gesucht. Das heißt, wenn Sie wollen, einfach informieren und mitmachen. Herzlichen Dank. Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen Vdw. Das war Einer muss es ja machen. Zuhören für die